Suhl ist eine kreisfreie Stadt im fränkisch geprägten Süden des Freistaats Thüringen. Sie liegt am Südhang des Thüringer Waldes im Tal von Lauter und Hasel. Suhl ist das Zentrum Südthüringens und wird von der Landesplanung als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums festgeschrieben. Aufgrund ihrer Geschichte als Standort von Rüstungsbetrieben erklärten am 14. Februar 1991 die gewählten Vertreter des Stadtrates Suhl zur Stadt des Friedens. Gleichwohl bezeichnet sich die Stadt wegen der langen Tradition der Jagdwaffenherstellung gemäß Stadtratsbeschluss aus dem Jahre 2005 als Waffenstadt Suhl. Suhl war über die Jahrhunderte eine vom Bergbau geprägte Stadt mit einem hennebergisch-fränkischen Erscheinungsbild. Im Jahr 1952 wurde sie Bezirksstadt des Bezirkes Suhl. Es folgte der Beschluss die Stadt umzugestalten und zu vergrößern. So wuchs Suhl innerhalb weniger Jahre von etwa 25.000 Einwohnern auf über 56.000 an. Beim Umbauprozess wurde alte Bausubstanz in der Innenstadt abgerissen und durch moderne, von Betonplattenbauweise geprägte Architektur ersetzt. In der Vergangenheit wurde Suhl sowohl für die seit Jahrhunderten ansässige Waffenherstellung als auch durch den Kraftradhersteller Simpson bekannt. Viele Menschen verbinden mit Suhl auch das Wirken des Komponisten und Interpreten volkstümlicher Musik Herbert Roth. Heute sind es auch bekannte Wintersportler und Sportvereine wie der VfB 91 Suhl oder der Skiverein SWV Goldlauter Heidersbach. Geografie Suhl liegt in einem in Südrichtung langgezogenen Tal am Süd- bis Westrand des Thüringer Waldes. Die Stadt ist von Bergen zwischen 650 und 983 Meter Höhe umgeben. Im Nordosten grenzt das Stadtgebiet direkt an den Rennsteig und neben Gipfel des großen Bierberges und des Schneekopfes. Der Stadtteil Goldlauter grenzt östlich direkt an den Goldlauter Berg, der den Übergang vom Schneekopf zum östlichen großen Finsterberg darstellt. Im Osten wird das Kernstadtgebiet von Gipfeln begrenzt, die zum Adlersberg massiv zu zählen sind. Südlich schließt sich mit dem 671 Meter hohen Schleusinger Berg der am Schneeberg bis zu 692 Meter hohe kleine Thüringer Wald an, der bereits zum Thüringer Waldbund Sandsteinvorland gezählt wird und im Westen Suhl sind noch deutlich niedrigere Gipfel übergeht. Innerhalb der Stadt sind der Berghohe LOH 529 Meter mit dem gleich hohen Nebengipfel Heimberg und der Döllberg 760 Meter von Bedeutung. Nachbargemeinden sind die sich unmittelbar anschließende Stadt Selameles sowie die Gemeinde Benzhausen im Norden, Die Gemeinde Dillstedt im Westen, Gelberg, Schmiedefeld am Rennsteig im Osten und die Gemeinden Sankt, Kilian, Schmeheim und Oberstadt im Süden. Mit Ausnahme von Schmiedefeld gehörten alle Nachbarstädte und Gemeinden auch zum 1994 aufgelösten Landkreis Suhl. Ein Teil der Suhler Gemarkung berührt im Osten das Biosphärenreservat Fässertal Thüringer Wald der UNESCO. Aufgrund der geologischen Situation am Rand des Thüringer Waldes kommen bei Suhl verschiedene Bodenschätze vor. Eisennetze, Roteisenerz, Brauneisenerz, Magniteisenerz in Gang und sedimentären Lagerstätten fast im gesamten Stadtgebiet. Kupfererze, Kupferkies, Kupferpecherz, Malachit in Ganglagerstätten aber auch im Akanto des Schiefer bei Suhlgold lauter. Silbererze, Pfallerze und selten gediegen Silber im Akanto des Schiefer. Silbergehalte der Gang Kupfererze, Manganerze, Braunstein, schwarzer Glaskopf in Gang, Uranerze, Anreicherungen von Uran, Glimmer und Pechblende in Lettenlagen des Bund Sandsteins. Steinkohle, Kohlehaltige Schiefer in permischen Sedimenten, Spat, Violetter Fluorid, Barüt, Calzit, Salz, hoch angereicherte Chlorkalziumquelle, Alle Ottilienquelle 2003 wieder neu erbohrt. Alle Bodenschätze wurden bis Mitte Ende des 19. Jahrhunderts Eisennetze und Spat bis Anfang des 20. Jahrhunderts Bergmännisch gewonnen. Heute spielen sie keine wirtschaftliche Rolle mehr. Zu Suhl gehören acht eingemeindete Dörfer und die zu DDR-Zeiten errichteten Plattenbau-Wohnkomplexe am Stadtrand sowie das Stadtzentrum im Tal in der Mitte. Sie sind in der Liste der Ortsteile von Suhl aufgeführt. Geschichte Bodenfunde auf dem Gebiet der heutigen Stadt Suhl belegen den Aufenthalt von Menschen schon um 2000 v. chr. Etwa 500 v. chr. Wurden dann mit der Einwanderung keltischer Volksstämme im Suhl-Raum menschensesshaft. Angenommen wird, dass ein einzelner Hof in der Gegend der Hauptkirche am Rimbach gelegen die erste Ansiedlung war. Die Salzquellen und das vorgefundene Eisennetz dürften der Anlass zur Ansiedlung gewesen sein. Der anfängliche Hof vergrößerte sich zum Dorf und entwickelte sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte allmählich zur Stadt. Unterlagen des Klosters Fulda nennen zwischen 900 und 1155 wiederholt einen Ort Sulaha. Seit etwa 1100 gehörte das Gebiet den Grafen von Henneberg. Die erste gesicherte urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1318. Die ältesten Eisenhermer Suhls werden 1363 bis 1365 genannt. Der Niederhammer und der Lauterhammer. Damit wird eine vorangehende Tradition des Eisennetzbergbaus belegt, die bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts zurückreicht. Bereits aus dem Jahre 1474 sind Berichte von Verhandlungen am Berggericht zu Suhl überliefert. Anstelle eines früheren Vorgängerbaus wurde auf dem Kirchberg, dem ältesten Siedlungszentrum der Stadt, von 1487 bis 1491 die Hauptkirche Sankt Marien errichtet. Nach Stadtbränden 1590, 1634 und 1753 erfolgte der Wiederaufbau der Kirche, zuletzt 1761 im Rokoko-Stil. Von 1500 bis 1806 gehörte Suhl wie auch das restliche Henneberger Land zum Fränkischen Reichskreis. 1527 bestätigten die gefürsteten Grafen von Henneberg-Schleosingen Suhls städtische Rechte und Statuten, die zuvor aber schon bestanden. 1553 wurde Suhl als Bergstadt bezeichnet, was der Stadtrechte und Pflichten als Sitz der Bergverwaltung und der Bergerichtsbarkeit zu belegt. Im gleichen Jahr lassen sich Büchsen-Schmiede aus Nürnberg und Augsburg nieder, seit 1535 ist Hanf-Feuer-Waffen-Produktion nachgewiesen. Eisenerzabbau bildete die Grundlage für die Entwicklung des Rohrschmiede- und Büchsenmacherhandwerks. Die Fertigung von Sicheln und Wagen ist 1155 und von Hanischen, Panzern und Schwertern im Jahr 1499 nachgewiesen. 1548 bildete sich die Bar Kent und Leine Weberts und 1555 erfolgte die Gründung der Rohr- und Büchsen-Schmiede-Innung. Graf Georg Ernst von Henneberg erteilt 1563 den Schlössern, Büchsenmachern, Sporern und Windenmachern, Innungsprivilegien. Ende des 16. Jahrhunderts wurden jährlich über 20.000 Gewehrrohre hergestellt. Im Jahr 1555 wurde mit dem Bau der vor den Toren der Stadt gelegenen Gottesackerkirche Heiligkreuzkapelle begonnen. Die drei Hauptflüsse Steina, Lauter und Hasel lieferten die Antriebsenergie für 37 im Stadtgebiet nachgewiesene Mühenstandorte. Nach dem Tod von Georg Ernst von Henneberg im Jahr 1583 fiel die Stadt als gemeinschaftlicher Besitz an die sächsischen Vertina. Für das Jahr 1590 ist der erste große Stadtbrand bezeugt. Kaiserliche kroatische Truppen unter Feldmarschallgraf Johann Ludwig Hektor von Isolani plünderten und zerstörten Suhl 1634 im 30-jährigen Krieg. Nachdem zwei Jahre zuvor Waffenproduktion und Handel ihren Höhepunkt erreicht hatten, Auch die Truppen des schwedischen Königs Gustav Adolf von Schweden wurden mit Waffen beliefert. Daher erschien Suhl den Kriegsparteien immer wieder als lohnendes Ziel. Die Eisen- und Waffenproduktion geriet in eine Krise. Der Bergbau konnte sich seitdem nicht wieder erholen. Suhl war 1553 zu 1699 von Hexenverfolgung betroffen. Im gesamten heutigen Stadtgebiet mit den Ortsteilen Albrechts, Dietzhausen, Goldlauter, Heinrichs, Mebendorf, Neuendorf, Fässer und Wichtzhausen gab es 116 Hexenprozesse mit 74 Hinrichtungen. Vier Angeklagte starben unter der Folter. Am 26. Juni 2011 wurden die Opfer der Suhler Hexenprozesse posthum rehabilitiert. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts ist in Suhl-Oggelbau ansässig. Kaspar Lehmann, auch Kaspar Lochmann genannt, unterhielt mit Johann Heinrich Mann eine in Südthüringen anerkannte Orgelbaufirma. Bezeugt sind Suhler Instrumente U.A. in Steinbach, Ordruf und Rohr. 1660 wurde Suhl nach dem sächsischen Teilungsvertrag albertinisch und fiel als Sitz des Amtes Suhl an das Herzogtum Sachsenseitz. In den 1690er Jahren bemühte sich Herzog Moritz Wilhelm von Sachsenseitz um eine Belebung des Bergbaus. Nach einem Gutachten von J.M. Parois Bergdirektor wurde ein Konzept erarbeitet, in dessen Folge ein Hochofen in Suhl errichtet und zahlreiche Bergwerke wieder oder neu aufgenommen werden, teils mit modernster Bergtechnik, wie beispielsweise einer Wasserkunst. Am 28. Mai 1702 marschierten 150 Dragoner unter Befehl des kursächsischen Oberst Roland in die Stadt ein und beschlagnahmten 620 Gewehre, die an den schwedischen Generalbaron Güdenstein geliefert werden sollten. Den Auftrag dafür gab der sächsische Kurfürst August der Starke, der damit ein Zeichen gegen den florierenden Waffenhandel der Suhler mit Kriegsgegnern wie Schweden setzen wollte. Die Besatzungsgruppe verließ Suhl mit dem Hinweis, dass man auch diejenigen Waffen abholen würde, die von anderen ausländischen Potentaten bestellt worden sind. Die von Herzog Moritz Wilhelm ausgerufene Mobilmachung der Landmiliz wurde erst am 15. Juli 1702 wieder aufgehoben, obwohl in vielen deutschen Gegenden bereits unüblich ist für 1712 in Suhl ein Fall belegt, bei dem der Scharfrichter Glaser öffentlich zwei Männer und vier Frauen gebrandmarkt hat. Den als Zigeuner bezeichneten Personen ließ er einen Geigen auf ihre Rücken brennen. Im Jahr 1713 weite Johann Bernhard Bach ein Cousin Johann Sebastian Bachs die neue Orgel in der Hauptkirche Sankt Marim ein. Die Bach-Familie war der Stadt verbunden. Ein Teil dieser verzweigten Familie hatte seine musikalische Ausbildung beim Suhler Stadtmusikus und Stadtpfeifer Johannes Christoph Hoffmannsen. Erhalten so Johann Bach der Großonkel und Christoph Bach, der Großvater von Johann Sebastian Bach, weiterhin Heinrich Bach und Johannes Bach. Georg Christoph Bach ist von 1661 bis 1668 Kantor und Schulmeister in Heinrichs bei Suhl. Auch in späteren Jahren galt Suhl als gute Adresse für die musikalische Ausbildung. Der Komponist Johann Peter Kellner lernte hier Komposition und Satztechnik bei Hieronymus Florentinus Quäl. Kellner wiederum war später Lehrer des in Suhl geborenen Komponisten und Organisten Johann Ernst Remt. Ihre Ausbildung erhielten auch Johann Friedrich Kessel von 1756 bis 1798 Domkantor in Freiberg und Johann Friedrich Fasch, dessen Vater in Suhl Kantor und Rektor der Lateinschule war. Nach Erlöschen der Linie Sachsen-Salz gelangte Suhl 1718 an Kursachsen. Neben der gotischen Heiligkreuzkapelle Gottes Ackerkirche entstand von 1731 bis 1739 vor den Toren der Stadt die barocke Kreuzkirche. Vom letzten großen Stadtbrand am 1. Mai 1753 wurden lediglich das Gebäudeensemble um das einstige Untermalzhaus, die Kreuzkirche, zwei Mühlen und wenige Häuser, darunter einigen Rohrschmieden und Hammerwerke am Stadtrand verschont. Das Feuer brach kurz nach 10 Uhr in der heutigen Stadelstraße im Ortszentrum aus und verbreitete sich durch den Steinweg über sämtliche Gassen im Stadtkern. Insgesamt brannten damals neben den öffentlichen Gebäuden 542 Privathäuser mit 220 Nebengebäuden, 490 Stallungen und 161 Stadel ab. Damit die Gewehr- und Beichenfabrikanten nach dem Brand nicht abwanderten, erhielten sie einen staatlichen Bauvorschuss. Am Wiederaufbau der Stadt wirkten mehrere bekannte Baumeister mit wie beispielsweise Gottfried Heinrich Kone aus Weimar, der 1.754 Dickersekunden Schläge Milchsche Eckhaus am Markt projektierte. Im Jahre 1736 waren 119 Schlossermeister bzw. Büchsenmacher in Suhl tätig. Damit war die Stadt der wichtigste Ort der Waffenherstellung in Kursachsen. Im Jahre 1746 lag der Bergbau fast völlig da nieder, sodass die Gewehrfabrik wegen Mangels an Eisenerzen ihrer Existenz bedroht war. Die einführbaren Erze aus Schmalkalden oder Saalfeld waren entweder zu minderwertig oder zu teuer. In Suhl wurden nur noch zwei Bergwerke betrieben. Segen Gottes und der Rote Krack. Der Rat zu Suhl ersuchte das Oberaufsee-Rahmt in Schleosingen um Steuerbegünstigungen und Holzzuteilungen für die Aufnehmung eines tasigen Gebirges. Auf Eisenstein am Ringberg. Die Verhandlungen zogen sich über zehn Jahre erfolglos hin. Ein Stadtbrand am 1. Mai 1753 richtete in der Innenstadt großen Schaden an, von dem sich die Stadt erst allmählich wieder erholte. 1765 entsandte Kursachsen den Bergoffizienten Wilhelm Gottlob Gläser und seinen Sohn Friedrich Gottlob Gläser zur Übernahme des Bergamtes in Suhl, um die seit den 1740er Jahren herrschenden Missstände zu beseitigen. Unterstützt vom Wissen der Gläsers und motiviert von den geordneten Verhältnissen fanden sich etliche Bergbauwillige Knappen und Gewerkschaften. Es kam zur Aufnahme dutzender Bergwerke. Das hännebergische Bergfieber brach aus, hielt aber nur einige Jahre an. Schon 1775 hatten mehr als die Hälfte der neun Bergwerke ihren Betrieb wieder eingestellt. Im Jahre 1780 suchte Johann Wolfgang von Goethe gemeinsam mit dem Geologen und Bergrat Johann Karl Wilhelm Vogt für die Wiederbelebung des Bergbaus. In Ilmenau Anregungen in den Suhl-Goldlauterer Bergwerken 19. 1803 wurde in Suhl die erste mechanische Druckmaschine durch Friedrich König konstruiert. Nach seiner Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig soll Napoleon I. im Lauterer Wirtshaus übernachtet haben. Nach dem Wiener Kongress fiel Suhl 1815 wie der gesamte sächsische Anteil an der ehemaligen Grafschaft Henneberg an das Königreich Preußen. Das Amt Suhl wurde 1821 endgültig aufgelöst und war bis 1945 Bestandteil des Kreises Schleosingen im Regierungsbezirk Erfurt in der preußischen Provinz Sachsen. Wobei ab 1. Juli 1929 das Landratsamt von Schleosingen nach Suhl verlegt wird. Zwar bestanden Anfang des 19. Jahrhunderts noch einige wenige Bergwerke in Suhl, doch dies genügte nicht um das Bergkampf in Suhl zu erhalten. 1838 wurde es nach Kamsdorf bei Saalfeld verlegt. Mit der Industrialisierung des Büchsenmacherhandwerks im 19. Jahrhundert entwickelten sich bedeutende Waffenfabriken wie die Firmen J. P. Sauer und Sohn, G. Hänel und Simson und Co. 1840 eröffnete in Suhl eine Lehranstalt für Militärbüchsenmacher. In den 1840er und 1850er Jahren wurden im Zuge erster Bemühungen um die Bahnerschließung im Norden Frankens durch Josef Mayer und später den Hennebergischen Glashüttenverein auch in Suhl etliche Eisenetzgruben gemutet und teilweise mit guter Ausbeute betrieben. Doch waren die wirtschaftlichen Verhältnisse der Betreiber nicht dauerhaft günstig. 1861 begann eine bedeutende Porzellanindustrieproduktion. In den drei 1861, 1868 und 1882 in Suhl und Mebendorf gegründeten Fabriken waren zeitweise über 1000 Arbeiter beschäftigt. In den ersten Jahren stellte man gebranntes Porzellan und später Zierporzellan her. Um 1930 wurde die Porzellanherstellung eingestellt. 1882 erhielt Suhl nach Süden Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz nach Fertigstellung des Brandleitetunnels 1884 auch nach Norden. 1893 wurde in Suhl eine Beschussanstalt eröffnet, die erste und damit älteste in Deutschland. Bereits 1896 wurde in den Simpsonwerken die Produktion von Fahrrädern aufgenommen. 1906 begann die Autoproduktion in Suhl. Rennwagen und Luxuswagen der Simpsonwerke wie der Simpsons-Oprah erhielten schnell einen hervorragenden Ruf. 20. und 21. Jahrhundert während des Kaputsches wurde Suhl von Truppen besetzt. An die Vertreibung der Milizen durch Arbeiterwehren erinnert heute die Inschrift am Rathaus im Grünen Wald die Rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus hat. In den 1920er und 1930er Jahren wurde die Reichswehr mit Suhler Waffen ausgerüstet. Mit Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Verfolgung politischer Gegner und unerwünschter Bevölkerung steile erwidert durch die Bildung von Widerstandsgruppen. Seit 1933 die sozialdemokratisch geprägte Dombergrunde, die kommunistische Regenberggemeinde und seit 1936 die Friedberggruppe. Auch die anarcho-syndikalistische Ortsgruppe der FAUD schloss sich gemeinsam mit der kommunistischen KAPD-AAU aus Rula zu einer schwarzen Schar. Zusammen, 1935 erfolgte die Arisierung jüdischen Besitzes. Davon betroffen waren U.A. das Kaufhaus am Markt und die Simpsonwerke, die zunächst in die Wilhelm-dem-Gustloff-Stiftung überführt wurden. Die Suhler Synagoge in der früheren Hohenlohe Straße von 1904 bis 1906 erbaut, fiel 1938 den Novemberpogromen zum Opfer. An die Zerstörung erinnert seit November 1985 ein Gedenkstein. Wie in den meisten deutschen Städten wurde im Zweiten Weltkrieg die Industrie vollständig auf Waffen- und Kriegsproduktion umgestellt. Auf 20.000 Einwohner kamen etwa 10.000 Zwangsarbeiter. Hergestellt wurden in hohen Stückzahlen Maschinenpistolen und Maschinengewehre sowie auch Missleiteinrichtungen für die V-Waffenproduktion. Von größeren Luftangriffen blieb Suhl verschont, da die in der Stadt vorhandenen Produktionsstätten für Kriegswaffen von den Alliierten als unbedeutend eingestuft worden waren. Doch entledigten sich 25 amerikanische fliegende Festungen B-17 am 26. März 1945 über der Siedlung Fröhlicher Mann im Norden von Suhl und über Freiemfeld aus 7.200 Metern Höhe ihrer Bombenlast. Das Ziel sei der nicht getroffene Bandkörper gewesen. 31 Tote waren zu beklagen, die Gaststätte Fröhlicher Mann und 16 weitere Häuser wurden zerstört. Da sich versprengte SS-Einheiten den US-Truppen nicht kampflos ergaben, kam es in der Stadt Anfang April 1945 zu Kriegsschäden. Am 3. April 1945 besetzten Einheiten der 3. US-Panzerdivision unter Befehl des Generals George S. petten die Stadt. Mit Auflösung der preußischen Bezirksregierung in Erfurt wurde Suhl zum 1. Juli 1945 dem Land Thüringen zugeordnet. Am 3. Juli 1945 übernahmen Einheiten der Roten Armee aufgrund des 1. Londoner Zonenprotokolls von 1944 und der Beschlüsse der Konferenz von Yalta die Stadt. Suhl wurde damit Teil der sowjetischen Besatzungszone. 1947 wurden wichtige Werke der Rüstungsindustrie gesprengt oder als Reparation in die Sowjetunion abtransportiert. Bereits im Jahr zuvor waren wichtige Experten und Facharbeiter wie der Konstrukteur Hugo Schmeißer in die Sowjetunion verbracht worden. Mit Aufnahme der Motorradproduktion in den Simpsonwerken erfuhr die Fahrzeugherstellung 1950 eine Wiederbelebung. Die Simpsonwerke produzierten zunächst als Smartbetrieb unter sowjetischer Führung, firmierten ab 1952 als Fahrzeug- und Gerätewerk Simson-Suhl, ab 1968 als Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann und wurden später in das IFA-Kombinat eingegliedert. 1952 wurde Suhl nach Auflösung der Länder in der DDR-Bezirkshauptstadt und blieb dies bis zur Wiedervereinigung 1990. Der historisch gewachsene Stadtkern wurde zu großen Teilen abgebrochen und unter Federführung der Bauakademie der DDR unter Hermann Hänselmann sozialistisch umgestaltet. Es entstand ein neues Stadtzentrum mit Kulturhaus, Stadthalle, Hochhäusern, Schnellstraße, Zentrum Warenhaus und Verwaltungsgebäuden. 1953 erfolgt die Gründung der Suhler Philharmonie. Seit dem 12. Mai 1967 ist Suhl kreisfreie Stadt. Im Jahre 1972 wurde in Suhl-Goldlauter ein Sportflugplatz eingeweiht. Im gleichen Jahr fand der erste Großflugtag statt. 1978 zog die Stadt als Austragungsort der Europameisterschaften im Sportschießen internationale Aufmerksamkeit auf sich. Im Jahre 1984 eröffnete auf dem Suhler Friedberg eine Offiziershochschule der DDR-Grenztruppen. 1986 war Suhl-Austragungsort der 8. Europameisterschaften im Volleyball und der 44. Weltmeisterschaften im Sportschießen. Ab September 1989 versammelten sich von Woche zu Woche mehr Menschen in Kreuzkirche und Marienkirche und forderten demokratische Rechte und Freiheiten. Die erste Großdemonstration am 4. November 1989 war ein Meilenstein des demokratischen Umbruchs in Suhl. Seit 1990 gehört Suhl zum wiedergegründeten Freistaat Thüringen. Die Wende führte zu Umstrukturierung der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Bevölkerungsschwund. Die Berufsfachschule für Büchsenmacher eröffnete 1992 als einzige Schule dieser Art in Deutschland. Seit 1998 erfolgt hier auch die Ausbildung von Graveuren. Im Jahre 2001 nahm das SRH-Institut für Gesundheitsberufe seine Arbeit als Fachschule für Berufe im Gesundheitswesen auf. Im Jahr 1995 wurde nach der Rekonstruktion der ehemaligen Starthalle das Kongresszentrum Suhl eröffnet. Mit dem bis zu 5000 Besucher fassenden Saal und seiner Veranstaltungspalette spielt das CCS eine wichtige Rolle für das Suhler und Südthüringer Kulturangebot. 1996 öffnete im ehemaligen Simpsonwerk ein Fahrzeugmuseum seine Pforten. Das Suhler Fahrzeugmuseum, das die über 100-jährige Tradition des Fahrzeugbaus in Suhl widerspiegelt, befindet sich seit 2007 im Kongresszentrum Suhl. Im Hinblick auf die hohe Verschuldung und den städtigen Bevölkerungsrückgang der Stadt wird der Status der Kreisfreiheit seit längerem öffentlich diskutiert, ohne dass sich jedoch bislang eine konkrete Alternative abzeichnet. Seit Anfang 2014 trägt Suhl den Titel »Staatlich anerkannter Erholungsort« und erhebt eine Kurtex. Am 1. April 1994 wurden Albrechts, Tietzhausen, Fässer und Wichtzhausen eingemeindet. Diese räumlich vom Stadtgebiet getrennten Orte besitzen, wie auch die schon früher eingemeindeten Orte Goldlauter, Heidersbach, Heinrichs und Mebendorf einen eigenen Ortschaftsrat. Im Jahre 1989 erreichte die Bevölkerungszahl der Stadt Suhl mit über 56.000 ihren historischen Höchststand. Inzwischen ist die Einwohnerzahl jedoch wieder gesunken. Seit der Wende hat Suhl mit erheblicher Abwanderung zu kämpfen, weshalb Suhls Wohnlandschaft einem starken Rückbau unterworfen ist. Dies betrifft insbesondere Plattenbauten an der Stadtperipherie und im Ortsteil Suhl-Nord. Das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung veröffentlichte 2012 eine Schätzung, laut der Suhl im Jahr 2030 nur noch 27.400 Einwohner haben könnte. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bei den Zahlen handelt es sich um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter bzw. der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die ortsanwesende Bevölkerung, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Volkszählungsergebnis Bevölkerungsentwicklung Prognosen der Bevölkerungsentwicklung Politik Suhl war als Bezirkshauptstadt in der DDR ein administratives Zentrum. Neben der Bezirksleitung der SED und dem Rat des Bezirkes waren auch Dienststellen der Staatssicherheit, der NVA und die Offiziershochschule Rosa Luxemburg der Grenztruppen der DDR Arbeitgeber. Heute ist die Stadtsitz zahlreicher regionaler Behörden und Institutionen. Stadtrat siehe auch. CDU und FDP bilden seit der Kommunalwahl 2014 eine Fraktionsgemeinschaft. Suhl gehört zu den größten Städten Deutschlands in deren Stadtrat Bündnis 90 die Grünen nicht vertreten sind. Oberbürgermeister ist seit 2006 der parteilose Jens Triebel, sein Vorgänger das CDU-Parteimitglied Martin Kummer amtierte seit 1990. Die Stadt Suhl unterhält mit folgenden Städten eine Städtepartnerschaft. Frankreich Beglis seit 1962, Russland Kaluga seit 1969, Tschechien-Scheske-Budiejovice seit 1979, Polen Leschno seit 1984, Finnland Lati seit 1988, Deutschland-Würzburg seit 1988, Bulgarien-Smallian seit 1998.